Kultur im Zeichen der Pandemie. Was bleibt, was kommt? Darüber wollen wir heute hier sprechen, darüber wollen wir diskutieren mit Kulturschaffenden, mit Wissenschaftlern und mit Wissenschaftlerinnen natürlich. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podiumsdiskussion. Das ist eine gemeinsame digitale Veranstaltung der Hochschule Osnabrück und der Universität Osnabrück. Ja, wer ist heute mit dabei? Einmal hier der Überblick. Wicke Gram ist mit dabei. Gerne einmal winken. Genau, Sie forschen im Bereich Migration und interkulturelle Studien an der Uni Osnabrück. Margarita Zomu haben wir mit dabei, Professorin am Institut für Theaterpädagogik der Hochschule Osnabrück und unter anderem auch Kuratorin am Hebbel am Ufer, ein freies Theater in Berlin. Kai Bremer ist mit dabei, von der Uni Osnabrück, Professor für deutsche Literatur der frühen Neuzeit, außerdem Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums IKFN, dem Institut für Kulturgeschichte der frühen Neuzeit und Theaterkritiker. Willkommen. Dann haben wir mit dabei Osnabrücks neue Nachtbürgermeister Jakob Lübcke, selbst Musiker und jetzt in der Stadt zuständig für so das Nachtleben in Zukunft wieder in Schwung zu bringen. Und last but not least, Sascha Wienhausen ist mit dabei, er ist Dekan am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück und unterrichtet unter anderem im Bereich Popgesang. Ja, und ich darf all diese spannenden Personen heute hier zusammenführen. Ich freue mich, Merle Giebeleist, mein Name, hallo. Genau, wir wollen über Kultur sprechen, über Kultur in der Krise, aber vor allem auch nach der Krise. So viel sei hier vorab gesagt, wir können natürlich nicht allen Facetten, allen Teilbereichen von Kultur hier heute gerecht werden in der kommenden Stunde, aber wir haben ein breites Spektrum an Experten dabei, von daher bin ich guter Dinge. Und damit möchte ich das Wort in die Runde geben. Zwei, drei Takte habe ich jetzt schon über Sie verloren. Jetzt wird es Zeit, dass Sie ein bisschen selbst von sich erzählen, denke ich, weil wir so bunt gemischt zusammenkommen. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Einblick, ganz simpel gefragt, was machen Sie eigentlich und wie erleben Sie die Kultur in der Pandemie? Herr Wienhausen, vielleicht möchten Sie beginnen. Bei Ihnen habe ich eben aufgehört. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin am Institut für Musik, Professor für Pop und Musicalgesang und war auch 15 Jahre als Solo-Selbstständiger unterwegs auf den Bühnen Deutschlands und habe viel im Opernbereich, aber auch im Musicalbereich und Operette, habe alles Mögliche gemacht, was sich so angute, auch moderne Oper, die verschiedensten Sachen. Und glaube, ich kann von daher ganz gut nachvollziehen, in welcher Situation sich im Augenblick die Kulturschaffenden im deutschen Bereich befinden. Ich finde, natürlich bleiben gewisse Dinge, werden sicherlich bleiben, die positiv sind, aber es sind auch viele Dinge aufgezeigt worden oder werden gerade sichtbar, die vielleicht nach dieser Pandemie neu geregelt werden müssen, wo wir eigentlich, glaube ich, viel Energie reinstecken müssen, damit wir doch zu einem ganz anderen Verständnis von Kultur und zu einer anderen Stellenwert von Kultur innerhalb unserer Gesellschaft kommen. Das ist mein kurzes Statement. Ja, vielen lieben Dank. Herr Bremer, vielleicht schließen Sie sich gleich an. Wer sind Sie, was machen Sie, erleben Sie Kultur? Ja, vielen Dank. Also die Kultur erlebe ich natürlich einerseits als Rezipient, als jemand, der üblicherweise sehr gerne, sehr viel ins Theater geht. Und da ist der Effekt erst einmal ein doppelter, ein sehr interessanter. Einerseits sind die physischen Theaterbesuche natürlich deutlich, deutlich weniger geworden. Ich glaube, die letzte Premiere, die ich gesehen habe, war im September in Bielefeld. Gleichzeitig haben die Theater auf eine sehr faszinierende Art versucht, mit der Pandemie irgendwie klarzukommen. Ich will nicht sagen, dass sie klargekommen sind, aber sie haben versucht, sich dort zu arrangieren. Und mir haben sich auf einmal Möglichkeiten ergeben oder ergeben sich in diesen Tagen neue Möglichkeiten. Im Mai finden die beiden wichtigsten Theaterfestivals statt. Ich bin da eigentlich immer an meine Unistandorte gebunden und bekomme auf einmal viel mehr Möglichkeiten, in Mülheim oder beim Berliner Theatertreffen dabei zu sein. Das finde ich sehr faszinierend, sehr positiv. Gleichzeitig merkt man natürlich auch die Grenzen. Wir waren vom KfN auch sehr stark im Möserjahr des letzten Jahres engagiert. Und gerade diese kulturhistorischen Grenzen, die auch, wenn wir mal ein Publikum haben, das nicht besonders netzaffin ist, hat sich da unheimlich schwergetan. Das braucht tatsächlich diese Live-Erfahrungen, auch den Moment, um einfach die Kammer zu Hause aufzubrechen, was Neues zu erleben, diesen physischen Impuls. Und das sind so sehr zwiegespaltene Erfahrungen, die ich gemacht habe. Vielen Dank. Frau Zumo, möchten Sie sich anschließen? Wer sind Sie? Was machen Sie? Wie erleben Sie Kultur in der Pandemie? Gerne. Ich bin Professorin für zeitgenössische Theaterpraxis. Das heißt, ich lehre tatsächlich, wie man Theater macht. Das heißt, wir können gar nicht Theater machen ohne körperliche, physische Präsenz. Ich lehre zum Beispiel Körperwahrnehmung und Tanz. Und das kann man wirklich sehr begrenzt lernen im Internet. Und ich kuratiere am Hauhebel am Ufer. Das ist ein großes, ein sehr wichtiges Produktionshaus in Deutschland. Das heißt, auch da habe ich seit eineinhalb Jahren damit zu tun, dass wir die Bühnen nicht bespielen können. Und wie Herr Bremer gerade gesagt hat, bespielen wir, haben wir jetzt, wir hatten drei Bühnen, Hau 1, 2 und 3. Und jetzt haben wir Hau 4. Das ist die digitale Bühne. Und da geht es auf einmal ab. Es findet sehr viel statt. Und das bedeutet für mich eine Tendenz. Und das heißt, die Kultur ist mediatisiert. Also die Kultur wird mediatisiert durch Corona. Wir haben diese Tendenz eigentlich schon mit digitaler Wandel, vierte industrielle Revolution, aber auch den Anstieg der Bedeutung von sozialen Medien eigentlich schon beobachtet. Und jetzt ist diese Tendenz nochmal beschleunigt. Und wir merken, dass die Kultur jetzt mediatisiert rezipiert wird. Ja, Herr Bremer hat gerade gesagt, wie viele Leute, das hat, und das hat, wie viele Leute, wie viele Extra-Festival es eher sehen kann. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der eine große Nachteil ist, dass die Kulturformen sich selber ändern müssen. Und was bedeutet das? Und müssen wir uns von Kulturformen verabschieden? Oder ist deren Erneuerung gerade sehr richtig so? Und das hat natürlich auch Vorteile, weil wir natürlich auch eine andere Art von internationalem Publikum haben können. Auch wir hier machen Festival in Lingen. Das kann bundesweit jetzt geschaut werden. Oder auch, es kann barrierefreier sozusagen Kultur zugänglich gemacht werden. Da gibt es noch andere Dinge. Die Frage, die ich stellen will, ist, die Herr Wienhausen auch angedeutet hat am Anfang. Und zwar, was ist Kultur und inwiefern ist sie systemrelevant? Also wir haben es in Corona-Zeit erlebt, dass die Kultur nicht wirklich als systemrelevant eingestuft wurde. Und da müssen wir uns überlegen, was hat die eigentlich für eine Bedeutung im Leben und hat sie eine? Und weil, und das ist meine zweite Frage, ich möchte auch in Frage stellen, ob wir nach einem Nach-Corona sprechen können oder ob wir nicht viel mehr darüber nachdenken müssen, dass wir in einem Jahrhundert-Kultur seit Corona sein werden. Vielen Dank, Frau Zumu. Ich gebe das Wort weiter an Frau Grahm. Ja, danke. Ja, ich bin Rege Grahm. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Und eigentlich war meine Aufgabe, die Kulturinstitutionen in der Migrationsgesellschaft zu forschen. Ich habe aber meine Forschung mit Corona auch angefangen. Deswegen spielt Corona bei mir in meiner Arbeit natürlich eine große Rolle. Was ich aber hier erwähnen will, ist ein Projekt, das ich als Teil meiner Forschungsarbeit initiiert habe mit der Museumsquartier Osnabrück, mit der Museumslotin für diversitätsorientierte Vermittlung. Wir haben Anfang 2020 ein partizipatives Projekt zu Migrations- und Diversitätsgeschichten in Osnabrück angefangen, ein Ausstellungsprojekt. Und das hat uns natürlich ganz viel beeinflusst, der Pandemie, weil es ein partizipatives Projekt ist. Und wir, also für uns war es ganz wichtig, ist es immer noch, das Projekt läuft immer noch mit Ausstellungseröffnung in Juni, nicht über die Osnabrückerinnen zu arbeiten, zu schreiben, zu ausstellen, sondern mit denen. Und diesen Kontakt mit den Vereinen, mit den Organisationen, mit den Aktivisten in der Stadt war natürlich sehr schwer. Genau, also das würde ich sagen, das wird sich auf jeden Fall auch weiterhin Einfluss haben, diesen partizipativen Projekten in verschiedenen Bereichen hier am Beispiel Museum. Genau. Partizipation, sicher ein großes Thema. Zuletzt gebe ich in dieser Runde noch das Wort weiter an unseren Nachbürgermeister, Herrn Lübcke. Da können Sie ja sicher auch ein Lied von singen. Ja, da kann ich ein Lied von singen, aus zwei Perspektiven. Denn zum einen bin ich selber Musiker. Ich hatte das Vergnügen, bei Sascha Wienhausen auch zu studieren. Nicht Gesang, ich glaube, wir hatten mal eine Stunde oder ich hatte mal eine Stunde bei dir. Genau, aber hatte das Vergnügen am Institut für Musik, habe also in meiner Selbstständigkeit auch die volle Breitseite von Corona kennengelernt, wo ich doch vorher zumindest in meinem Studium gut aufgepasst hatte und extra gedacht, guck mal, ich stelle das mal auf viele verschiedene Standbeine, von Chören über Kindermusicals bis Theater und Hochzeiten und Events und so weiter. Habe ich mich möglichst gut für den Wind von Corona positioniert und sehe das, was Herr Wienhausen sehr treffend angesprochen hat, gerade auch um die Sorge der Beschäftigungsformen, also was passiert mit insbesondere den solo-selbstständigen KulturakteurInnen, wo wirklich Mechanismen, sagen wir, unzureichend greifen jetzt über eine lange Zeit und perspektivisch auch noch für, sagen wir, eine etwas längere Zeit. Da gucke ich durchaus mit Sorge rauf und in meiner Tätigkeit oder in meiner Funktion als Nachtbürgermeister gilt es das, was die Kulturakteure und AkteurInnen hier in dieser Stadt erleben, wie es denen geht, entsprechend zu transportieren, an Politik, an Verwaltung und so weiter, ein höheres Verständnis zu wecken und ich glaube, dafür sind wir auch heute hier. Und mein Verständnis von Kultur ist ein sehr wichtiges, ein sehr großes. Ich glaube, es lohnt sich sehr, über die Systemrelevanz zu sprechen, die, sagen wir, am Anfang der Corona-Krise direkt, glaube ich, den deutlichsten Tritt gekriegt hat, als es hieß, wo gucken wir denn, wo finden wir denn unsere Kultur in der Corona-Verordnung und wir sie wohlplatziert fanden zwischen Kirchen und Bordellen. Ich glaube, selten habe ich so gestaunt mit Blick in ein Dokument. Ja, vielen Dank für diese Worte zum Abschluss dieser ersten kleinen Vorstellungsrunde. Das Thiele-Neumann-Theater, das hat uns ein Video-Statement zukommen lassen, wie Sie die Pandemie erleben. Dafür nehmen wir uns jetzt mal so fünf Minütchen Zeit, das anzuschauen. Kurz vorab zu Thiele-Neumann, Regine Neumann, Helmut Thiele stecken dahinter ein renommiertes Schauspiel-Duo hier in Osnabrück, ohne feste Spielstätte und hier sind Ihre Eindrücke. Dass wir seit über einem halben Jahr keine Vorstellung gespielt haben, ist natürlich nicht spurlos an uns vorübergegangen. Seit Mitte März 2020 gab es nur einen ganz kurzen Moment im Herbst, in dem ich die verschobene Premiere Oscar und die Dame in Rosa spielen konnte. Da fand auch die Vorstellung der Kontrabass statt. Aber aufgrund der Abstandsregeln war der Spitzboden zum Beispiel, der sonst 100 Zuschauern Platz bietet, schon bei 29 Leuten ausverkauft. Und der große Saal, wo der Kontrabass stattfand, sonst für 300 Leute gedacht, war bei 60 Personen ausverkauft. Das drückt natürlich nicht auf die Stimmung, sondern auch auf die Einnahmen. Wenn man da mit Plus Minus Null aussteigt, dann war das schon ein Gewinn. Aber man ist im Training geblieben. Ja, wir müssen ja für unsere Profession in Form bleiben. Man hat ja manchmal schon fast Angst, dass man das Theaterspielen verlernt hat. Wir haben unsere Produktionen irgendwie in einer Art Zwischenspeicher gelagert. Und dort halten wir sie am Köcheln. Wir probieren hin und wieder, perfektionieren die eine oder andere Stelle. Aber Gott sei Dank gab es Initiativen und allen voran die Stadt Osnabrück mit dem Kulturmarathon, bei denen wir mithilfe digitaler Mittel uns ausprobieren konnten. So haben wir das Projekt Koronleintheater ins Leben gerufen. Auf einem virtuellen Spaziergang durch die Stadt haben wir interessante Orte und dazu passende Texte verbunden. Im Volksgarten von Peter Altenberg haben wir einfach in den Schlossgarten verlegt. Und das Liebespaar am Fenster von Kurt Tucholsky haben wir im Lädenhof gedreht. Diese Arbeit mit der Kamera war natürlich sehr, sehr reizvoll. Und wir denken, dass Präsentationen im Internet auch nach der Pandemie eine gewisse Bedeutung behalten werden. Auch dieses Statement hier wird ja digital aufgezeichnet und wir sammeln weitere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit unserem Kameramann, der letztendlich auch unser Bildregisseur ist. Aber der direkte Austausch mit dem Publikum fehlt natürlich. Das Lachen, der Applaus oder auch die Stille. Allerdings haben wir festgestellt, dass die Pandemie unser Leben irgendwie entschleunigt. Wir haben, notgedrungen, mehr Zeit. Es hat ja auch ungeheuer viel Zeit zwischen den Proben von Oskar und die Dame in Rosa und der Premiere, die erst ein halbes Jahr später stattfinden konnte. In den dazwischenliegenden Monaten haben wir mit unserem Regisseur in Moskau per Videotelefonie die Produktion weiter perfektioniert. Perfektioniert. In Russland war ja auch kultureller Lockdown. Und jetzt haben wir zwei Monate Zeit, um uns auf ein neues Projekt einzustellen. Anfang Juli wollen wir der Wiener Heurige in Osnabrück und Umgebung aus der Taufe heben. Dieses Programm ist natürlich auch den Corona-Bedingungen geschuldet. Wenn man hoffentlich überhaupt in der nächsten Zeit wieder auftreten darf, dann wohl im Freien. Also in Zusammenarbeit mit einer Außengastronomie. Also werden wir am 2. Juli den Biergarten vom Kartoffelhaus in ein Heurigen-Lokal umwandeln. Und da wollen wir bisher ungeahnte Talente dem Publikum zumuten. Ich werde singen. Und ich werde dem Publikum mein Akkordeonspiel auftrennen. Ehrlich gesagt, dieses Programm wäre ohne Corona nicht zustande gekommen. Und noch was. Diese langen Schaffenspausen gestatten einem, dass man sich auch mal mit Bart erleben kann. Und da profitieren wir natürlich davon, dass wir ein Haushalt sind. Also uneingeschränkt zusammenarbeiten können. Den geilen Humor haben wir jedenfalls nicht verloren. Aber wir machen uns natürlich auch Sorgen um die Zukunft. Bei uns ist ja ehrlich gestanden, die Karrierekurve bereits überschritten. Aber was geschieht mit dem künstlerischen Nachwuchs nach der Pandemie, wenn es überhaupt ein Nachher geben sollte? Was geschieht mit den jungen Kolleginnen und Kollegen, die von der Politik ermuntert werden, Hartz IV zu beantragen? Ja, eine wichtige Frage, die da am Ende stand. Und Herr Wienhausen, vielleicht möchten Sie darauf zunächst mal eingehen. Als Lehrender sind Sie ja tagtäglich auch mit den Studierenden, dem Nachwuchs, dem Künstlerischen im Kontakt. Was sind Ihre Eindrücke? Was sind Perspektiven für junge Nachwuchskünstler? Also tatsächlich ist das ein großes Problem. Wir haben eine große Perspektivlosigkeit bei vielen. Also wir haben sehr wenige Studierenden machen im Augenblick Examen. Die meisten verbleiben noch im sicheren Schoß der Universität, um einfach ihre Ausbildung noch ein bisschen hinaus zu zögern und sich nicht dem freien Markt im Augenblick ausliefern zu müssen. Das merkt man auch daran. Es gibt keine Agentur vor sich. Also es gibt keine Möglichkeit, sich irgendwelchen Agenturen vorzustellen. Niemand kauft letztlich aufgrund eines digitalen Exposés jemanden ein. Es werden ja auch keine Produktionen gemacht. Also das ist eine große problematische Situation im Augenblick, die dazu führt, dass eben einfach sehr, sehr viele Studierende einfach innerhalb der Hochschule verbleiben. Natürlich benutzen viele auch die Möglichkeit, sich jetzt medial besser aufzustellen. Also es ist tatsächlich jetzt so eine Hau-Wuck-Aktion gewesen, tatsächlich verbinden sich ja digitale Elemente mit performativen Elementen auf eine ganz neue und sicherlich spannende Weise. Und ich glaube auch, dass in der Zukunft tatsächlich eben, wie Frau Zermus schon gesagt hat, in dieser Nach-Corona-Zeit wird sicherlich, werden alle Kunstformen das Digitale wesentlich stärker mitdenken und mitimplementieren. Unsere Studierenden lernen im Augenblick sehr viel in sozialen Medien Contents zu erzeugen. Sie drehen Videos, also sie bereiten sich letztlich vor und haben eine ganze Menge Material, was sie vielleicht damit hinausnehmen können, was ihnen vielleicht auch nachher helfen kann. Aber trotzdem braucht es auch, um eben diese digitalen Medien in performative Formate zu überführen, bedarf es einfach des Kontaktes zu anderen Künstlern. Das ist ganz wichtig. Also von daher tatsächlich ein Stillstand, ein Abwarten und ein Hoffen auf den Streifen am Horizont. Das ist im Augenblick ein bisschen das, was die Studierenden empfinden. Frau Zermus, wenn ich das Wort an dieser Stelle an Sie weitergeben darf, Sie stehen ja auch mit Studierenden regelmäßig in Kontakt mit Upcoming Artists, auch am Hebel am Ufer in Berlin. Wie erleben Sie das? Was geschieht da gerade mit den jüngeren Künstlern? Ja, ich will das genau unterstreichen, was Herr Wienhausen sagt. Es gibt im Moment keinen Grund zu absolvieren. Das ist ein Problem, weil diejenigen, die bezahlen jetzt für das, was passiert, sind eben die aufkommenden Künstlerinnen. Diejenigen, die noch keine Karrieren haben und sicher sind, dass, wenn sich etwas öffnet, Sie sofort auf den Zug wieder aufspringen können. Also weil ich es sozusagen auch von der Arbeitgeberseite im HAU sagen kann, es ist so, wir haben Premierenstau bis 2023. Wir haben schon zu Ende geplant. Das heißt, es ist nicht möglich, im nächsten Jahr bei uns irgendeine neue Künstlerin, neuen Künstler zu zeigen. Denn wir zeigen nur die, die Größten und die Wichtigsten, die das meiste Geld auch mitbringen, deren alles schon finanziert ist und die natürlich auch für uns Publikum bedeuten. Experimente können wir uns im Moment, also neue Künstlerinnen können wir uns im Moment nicht leisten. Und das sind die, die verlieren werden. Und das ist natürlich deswegen deprimiert, denn vielleicht sind sie gar nicht so prekär, weil es eben Helikoptergeld gab, ganz viel, und sie wurden irgendwie am Leben erhalten. Aber ihre Kunst ist nicht am Leben erhalten worden. Und das ist ein Problem. Und man müsste sich überlegen, was das bedeutet, ob es nicht wirklich andere Bühnenprogramme braucht, die eben neue Künstlerinnen... Also das Problem ist wirklich auch der Premierenstau und der Projektstau. Ich wollte, ja, vielleicht, wenn es von Interesse ist, ich finde es sehr interessant darüber nachzudenken, wie eben performative Formen in digitalen Medien überführt werden. Und das bedeutet, dass sich unsere Professionen verändern. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel viel mehr Filmerinnen brauchen, als wir, das wurde ja auch gerade gesagt. Also wir brauchen neue, technikaffine Leute um uns herum. Und auf eine Art werden... Auch die Kultur wird zum Tech-Unternehmen. Und so wie auch alles zum Tech-Unternehmen wird. Das ist neu. Und dann denke ich mir, müssten wir nicht eigentlich das Modul Theaterinformatik einführen, um damit irgendwie am Ball bleiben zu können. Für meinen Studierenden, kurze Notiz, ich habe jetzt das zweite Semester, die haben sich noch nie live gesehen. Die machen nur Zoom. Daraus kann keine Theaterpädagoge zum Beispiel entstehen, wie wir sie haben, weil die lebt natürlich vom Kontakt. Absolut, ja. Ich würde gerne das Stichwort neue Formate, neue Formen nochmal aufgreifen. Herr Bremer, wie kann man das vielleicht auch im kulturhistorischen Kontext alles so ein kleines bisschen einordnen? Sie haben ja auch einen ganz guten Blick auf die Theaterszene insgesamt. Wie entwickelt die sich jetzt im Moment? Naja, also was wir erleben, ist, glaube ich, nicht etwas komplett Neues, sondern ich glaube, was wir im Moment erleben, ist eine Beschleunigung, die durch die Pandemie einfach forciert wird. Also diese ganzen Digitalisierungsverfahren, die Frau Zumo gerade angesprochen hat, die sind ja gerade bei den avantgardistischen Theaterkünstlerinnen und Theaterkünstlern schon vorher da gewesen. Ich habe zehn Jahre in Gießen unterrichtet, zwar in der Germanistik, habe da aber sehr eng mit den Theaterwissenschaftlerinnen zusammengearbeitet und war zu Anfang total überfordert, wenn da aus der angewandten Theaterwissenschaft junge Studierende ankamen, die dann versucht haben, statt Referat irgendwie mit ihren Handykameras irgendwelche kleinen Performances zu machen und musste da auch erst lernen, mich darauf einzulassen. Aber was ich damit sagen will, das war schon da. Nur wir brauchen es jetzt viel, viel dringender, weil die Breite einfach sich erst mal verengt hat. Also ich glaube, deswegen ist so ein kulturhistorischer Blick, der muss, glaube ich, nicht zu weit zurückgehen, was ja, glaube ich, wofür aber, glaube ich, gut ist. Und deswegen finde ich Ihre Frage sehr wichtig, ist, dass wir uns klarmachen, was war vorher eigentlich schon da. Denn ich habe den Eindruck, dass jetzt vielfach außerhalb einer solchen Runde so getan wird, als wäre in den Künsten, aber genauso auch in den Geisteswissenschaften und in den Kulturwissenschaften gewissermaßen das Digitale bisher ein völliger Fremdkörper gewesen. Und das ist natürlich Quatsch. Das muss man vielleicht auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Gleichzeitig haben wir jetzt aber eine Beschleunigung und wir müssen, so wie das gerade skizziert worden ist, da würde ich mich auch voll anschließen, eben, denke ich, über Organisationsformate und über neue Bedürfnisse nachdenken. Also wenn jetzt das Theater Augsburg beispielsweise anfängt, VR-Brillen durch die ganze Republik zu schicken, dann setzt das natürlich erst mal voraus, dass es ein Publikum geben muss, das eine Ahnung davon hat, was VR-Brillen sind. Wenn beispielsweise die beiden Künstler, die gerade gesprochen haben, über die viele Freizeit sprechen, gehört zur Kehrseite der Medaille auch dazu, dass einige derer, die hauptberuflich im Moment arbeiten, eine Arbeitsbelastung haben, die exorbitant höher ist, als sie das je gewesen ist. Also wir haben eine völlige auseinanderklaffende Arbeitsrealität im Moment. Diejenigen, die frei arbeiten, gerade die, die künstlerisch arbeiten, haben auf sehr erschreckende Art und Weise häufig sehr, sehr viel Zeit zur Verfügung. Und im Gegenzug unterstelle ich einfach mal meinen Kolleginnen hier, die an den Hochschulen tätig sind, dass wir eine Arbeitsbelastung haben, die exorbitant höher ist, als es noch vor anderthalb Jahren der Fall gewesen ist. Das heißt, wir haben Verschiebungen und die müssen wir analysieren. Und da gehören die künstlerischen Prozesse mitten rein. Das hat dann auch nichts mit Systemrelevanz oder so zu tun, sondern damit zu tun, dass wir Arbeitsprozesse seit der Pandemie neu diskutieren müssen, weil sich einfach Dynamiken neu entwickeln. Herr Lübcke, Sie stehen ja in Kontakt mit vielen freien Künstlern, sind selber Solo-Selbstständiger. Vielleicht können Sie da nochmal anknüpfen. Ist das so viel Freizeit, die wehtut im Moment? Ja, also schön wäre es, wenn mir die Freizeit wehtun würde. Dann sage ich gerne nochmal Bescheid in dem Kontext. Würde ich definitiv nicht so sehen, sondern das, was natürlich viel passiert, ist, der Kernteil oder das Herzstück der Arbeit entfällt. Und der Kernteil damit am Ende des Tages auch der Part, mit dem man Geld verdient. Das heißt, ich als freischaffender Musiker habe 30 Prozent meiner Zeit damit vielleicht zu tun, auf der Bühne zu stehen und final das auszuführen, was ich da eigentlich tue. Der Rest passiert drumherum. Und dann ist es sowohl die Einarbeitung möglicherweise in Neutechnik, es ist aber auch die Fertigkeit am Instrument, die beibehalten werden muss und an der man auch immer wieder weiterarbeiten muss. Denn ich glaube, und spannenderweise ist das gesellschaftlich, glaube ich, mal mehr, mal weniger gesehen. Ich glaube, wenn man sagen würde, ein Leistungssportler, der jetzt gerade bei Olympia gewonnen hat, der kann ja mal zwei Jahre lang nicht laufen und soll dann ja mal wieder Vollgas geben und der wird es schon machen, da würde ich mindestens ein großes Fragezeichen dran schreiben. Und dasselbe gilt ebenso in diesem Kulturbereich. Das heißt, die Leute sind natürlich ganz viel damit beschäftigt, irgendwie am Ball zu bleiben. Sie sind vor allen Dingen auch nochmal damit beschäftigt, irgendwie zu überleben. Denn das muss man in aller Deutlichkeit, und das ist vorhin ja das ein oder andere Mal gefallen, viele Hilfsprogramme reichen an dieser Stelle nicht aus. Das heißt, die Leute haben mit Existenzängsten zu tun. Und diese Thematik Hartz IV, die unter anderem in diesem Video auch angesprochen wurde, ist was, was die Leute bewegt und auch berührt. Ich weiß von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt unter anderem auch da hineingedrängt werden, die sagen, ey, ich kann mein Instrument nicht mehr in die Hand nehmen, weil ich diese Verbindung dazu spüre, weil die in einer ganz, ganz tiefen identitären Krise auch damit sind. Und damit kann man natürlich sagen, wir versuchen das jetzt irgendwie zu überbrücken. Wir versuchen, was anderes zu machen, was sicherlich auch zukunftsweisend ist. Da bin ich ganz bei der Runde. Und ich habe selber alles Mögliche ausprobiert, vom Autokinokonzert, von der Musicalproduktion, wo ich dann irgendwie in so einem Plexiglas-Karton saß, von einer Songwriting-Session, die irgendwie online lief. Gute Sachen sind alle irgendwie auf dem Weg. Aber der Part, wie wir jetzt gerade durch diese Zwischenzeit durchkommen und wie wir durch diese Zwischenzeit heile durchkommen und auch selber nicht vergessen, dass wir auch wichtig sind und dass wir einfach die Identität in unserem Künstlersein nicht vergessen, Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und ganz, ganz entscheidender Punkt, den man wirklich nicht unterschätzen darf. Und so ist man wirklich auch viel Zeit mit sich selbst beschäftigt. Genau, wenn ich das einfach so mal spiegeln darf. Darf ich das noch ganz kurz ergänzen, weil ich das unheimlich wichtig finde, dass wir uns da auch über die konkreten Bedeutungen vor Ort verständigen. Denn wir haben jetzt mit dem Intendanzwechsel am Theater Osnabrück ja ein ganz klares Beispiel dafür gehabt, wo genau dieser Wechsel, der jetzt stattfindet, den Frau Zumow auch gerade beschrieben hat, dingfest gemacht wird. Wir haben einen Intendantenwechsel gehabt zur nächsten Spielzeit. Und das führt, das ist an Theatern ja üblich, dazu, dass viele, zum Beispiel im Schauspiel, im Tanz, derjenigen Künstler, die dort tätig sind, sich eine neue Tätigkeit suchen müssen, an ein neues Theater wechseln müssen. Das ist unter nicht-pandemischen Bedingungen anstrengend, schwierig, eine Herausforderung. Aber das gehört jetzt mal von außen betrachtet ein Stück weit zum künstlerischen Geschäft mit dazu. Jetzt in der Pandemie haben wir die Situation, dass natürlich eine neue Leitung ankommt, dass sie neue Künstlerinnen und Künstler mitbringen. Dass dann aber in einem zweiten Schritt diejenigen, die bisher in Osnabrück waren, und das sind teilweise Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Kinder sind mit unseren Kindern gemeinsam in die Schule gegangen, die kannte man aus anderem Zusammenhängen, die sind auf einmal arbeitslos und sie haben keine Möglichkeit, an einem anderen Theater unterzukommen. Also das hat ganz konkrete soziale Dimensionen auch, die man sich vergegenwärtigen muss und die hier einfach auch ganz konkret in der Stadtgesellschaft sich ereignen. Und wenn ich das ganz konkret für Osnabrück so ergänzen darf, mir haben zwei, drei von eben diesen Schauspielern geschrieben, die auch zusätzlich sagten, ey, wenn du eine Idee hast für einen Job, der auch nichts mit Musik oder nichts mit Kunst direkt zu tun hat, sondern mit Social Media, ich habe irgendwie mal so und so eine Ausbildung gemacht und die und die Lehre und ich hätte das und das noch in petto, aber hier sehe ich gerade die Zukunft nicht oder ich möchte aber gerne in Osnabrück bleiben, weil ich bin entsprechend schon lange hier, meine Kinder sind hier sozialisiert und so weiter und so fort, die dann ganz klar sagen, ich gehe hier jetzt auch nicht weg und jetzt will ich für meine Familie hier bleiben, jetzt muss ich mir was anderes suchen. Und da bin ich doch relativ sprachlos, wenn ich das in dieser Deutlichkeit, und wie Herr Bremer das sagt, das ist genau der Fall, den wir hier in Osnabrück ganz praktisch haben und der vielleicht auch da zu wenig gesehen wird. Die Frage ist ja, gibt es Perspektiven, die junge Künstler überhaupt haben können im Moment? Wir haben jetzt gehört, über Jahre lang sind erst mal alle Produktionen besetzt, man findet nirgendwo an den großen Häusern Jobs. Im Selbstständigen ist es auch schwierig, sich da auch mit seiner künstlerischen Identität aufzustellen. Was sind aktuell Perspektiven? Was kann man Jugendkünstlern vielleicht auch an die Hand geben? Gibt es da etwas? Mal Frage einfach in die Runde. Wenn ich da vielleicht direkt einmal zur Stellung nehmen darf, fand das, was Sascha Wienhausen vorhin gesagt hat, zu wie bilden wir jetzt eigentlich gerade aus und an welchen Stellen coachen wir jetzt gerade? Und dann ist es halt Social Media und dann ist es Video. Also diese ganzheitlichere Künstlerperspektive aufzubauen und am Ende des Tages, und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die auch durch diese Pandemie vorangetrieben wurde, ist, dass viele, gerade die Solo-Selbstständigen, sich mit viel mehr noch dieser unternehmerischen Perspektive sehen. Das heißt, die wirklich überlegen, was sind denn meine Standbeine? Wie kann ich denn jetzt eigentlich auch am Ende des Tages in einem sinnvollen Geschäftsmodell, also zumindest so agieren, dass ich meinen Lebensunterhalt davon fahren kann? Und da gibt es auch ganz viele tolle Beispiele. Jemand, der auch bei Sascha studiert hat, ist der Florian Albers. Der hat sich ein wunderbares Twitch-Programm jetzt hochgezogen. Die ziehen das, glaube ich, jede Woche bei denen aus dem heimischen Wohnzimmer durch. Top Design, top gestaltet, mit wunderbarer Kameraführung und ganz vielen Gästen, die dann jetzt gerade sagen, ich möchte auch unbedingt mal zu euch kommen. Ihr habt da so ein tolles Format. Es gibt entsprechend viele Leute, die quasi regelmäßig und vertrauensvoll auf das Format zuschalten und womit am Ende des Tages auch Geld generiert werden kann. Also es gibt auch Positivbeispiele. Frau Graum, Sie möchten anschließen. Ja, ich habe auch in den Videos, wie wir gerade gesehen haben, was Positives gehört. Und das ist halt das, und auch in Osnabrück in der letzten Jahre beobachtet, ist halt die Benutzung von der Stadtraum. Ähm, das ändert sich da, glaube ich. Also, ähm, und, ähm, also, ähm, da sind viele Ausstellungen, werden gerade in Osnabrück gemacht draußen, äh, Stadtrundgänge, ähm, oder auch wie Performances, äh, Theater. Ähm, also das, glaube ich, das, ähm, das, ähm, ist auf jeden Fall ein, ein, ein positive, meine Meinung nach, Entwicklung, ähm, in dieser Zeit. Da können Sie ja auch aus eigener, Sie selbst haben ja, ähm, in den vergangenen Monaten, eigentlich vor Corona beginnend, ein Projekt gestartet, trotzdem partizipativ über die Monate hinweg fortgeführt. Jetzt ist bald Ausstellungseröhnung. Wie hat das funktioniert? Also, das hat, ähm, erst mal funktioniert, weil wir, ähm, weil wir das wollten. Also, ich glaube, das war, ähm, da, da, also, man, man musste richtig, ähm, äh, auf sich selber Druck machen, ähm, um das, äh, durchzuführen. Und ich glaube, für uns war es auch ganz wichtig, ganz früh zu sagen, nee, wir machen das nicht im Museum. Wir machen das in, in der Stadt. Ähm, wir haben, ähm, Kunststudierende, ähm, äh, gehabt, die ein tolles Design gemacht haben, ähm, und werden jetzt acht Stilen in der Stadt haben. Das ist nicht nur wegen, äh, wegen der Pandemie, dass wir das draußen machen. Das ist auch, weil wir anerkennen, dass zum Beispiel viel Parks und die Benutzen von Parks heute auch sehr von Migration, äh, beeinflusst wurde. Ähm, auch, dass, ähm, eine Ausstellung draußen ist, äh, zugänglicher, als, als das Museums manchmal ist. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, war es für uns ganz wichtig, dass wir diesen, ähm, Beschluss ganz, ganz früh, ähm, gemacht haben. Ähm, genau. Und dann, glaube ich, für unser partizipativer Teil des Projekts, war es auch super wichtig, dass wir es geschafft haben, ähm, letzten Sommer uns zu treffen. Ähm, nicht mit alle, aber mit einigen von den Leuten, dass wir diesen kleinen Eröffnung hatten und wir uns auch tatsächlich, ähm, im Museum sehen konnten. Das, ähm, weil, also, ich bin auch ein sehr analoges Mensch und, ähm, ähm, also diesen Gemeinschaft, wenn man Gemeinschaftsprojekte macht, dann ist es, ähm, obwohl wir nicht tanzen, ähm, 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 auch wichtig, ähm, ähm, zusammen zu sein. Fisch ist. Ja, man musste kreative Alternativen finden. Dieser kleine Raum im Sommer war besonders schön. Wir haben auch immer wieder gehört, Digitales ist wichtig, die Kultur wird medialisiert. Das ist ein großes Thema, das durch die Pandemie beschleunigt wurde. Schauen wir an dieser Stelle, ähm, mal auf die Medienkunst selbst. Das European Media Art Festival hat ja kürzlich stattgefunden, hat sich seit vielen Jahren in Osnabrück manifestiert, das EMOF, ein internationales Festival, ähm, wie gesagt, kürzlich stattgefunden in seiner inzwischen 34. Auflage, aber schon zum zweiten Mal gezwungenermaßen eben komplett digital. Katrin Mund, die Festivalleiterin, die gibt uns einen kleinen Einblick, wie es war. Das EMOF hat in diesem Jahr schon zum zweiten Mal weitgehend digital stattgefunden. Ähm, und es war uns eigentlich schon im vergangenen Jahr klar, dass sich Festivals und ihre Strukturen nicht ohne weiteres und ohne Reibungsverluste in den digitalen Raum verlegen lassen. Ähm, wir haben also auch nie versucht, das zu simulieren. Wir haben also schon im vergangenen Jahr uns von so etwas wie einem Festivalzeitplan mit fixen Timeslots verabschiedet, äh, haben das auch in diesem Jahr so weitergeführt und außerdem noch den Online-Festivalzeitraum erweitert, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, die Programme wirklich zu verfolgen. Denn inzwischen stehen ja nicht nur wir, sondern alle anderen Online-Kulturveranstaltungen in Konkurrenz zu unzähligen ähnlichen Angeboten. Ähm, und diese Erweiterung hat sich definitiv ausgezahlt, jedenfalls wenn man die Rückmeldung zugrunde legt, die wir bekommen haben. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass wir ein wirklich globales Publikum ansprechen konnten, ähm, was für ein internationales Festival natürlich sehr wichtig ist, ähm, ähm, und zudem hatten wir die Möglichkeit, Gäste zu involvieren ins Festival für Online-Talks beispielsweise, die sonst vielleicht nicht, ähm, für einen einzigen Auftritt nur nach Osnabrück, ähm, gereist wären. Ähm, 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 ein außerdem großes Plus für uns, ähm, waren die Künstlerinnen-Gespräche, die wir größtenteils voraufgezeichnet haben, die nicht nur jetzt im Nachhinein schöne Dokumente, ähm, darstellen, sondern auch für uns eigentlich im Vorfeld des Festivals schon eine schöne Möglichkeit war, sehr intensiv und eingehend, mit den Personen zu sprechen, deren Arbeiten wir zeigen. Und Ähnliches gilt auch für die Online-Chatrooms, die wir während des Festivals genutzt haben, um so etwas wie ein Vor-Ort-Zusammenkommen zu ermöglichen. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir trotzdem so etwas wie ein gemeinsames Erleben auf Distanz ermöglichen konnten und Gesprächsanlässe schaffen konnten. Und einiges davon werden wir sicherlich auch in Zukunft fortsetzen. Trotzdem wäre mir wichtig, dass wir die gemeinsame Erfahrung von Kunst vor Ort nicht dem Reichweite-Fetisch opfern. Herr Bremer, Sie hatten ja vorhin schon erzählt, Sie selbst können im Moment an so vielen Events teilnehmen wie sonst nie zuvor, eben durch digitale Formate. Vielleicht können Sie gleich anknüpfen. Was ermöglicht uns dieses Digitale, die Medialisierung der Kunst und wo sind auch die Grenzen? Na, also teilnehmen, das müssten wir jetzt dann eigentlich mal definieren, was das ist. Also ich kann es zur Kenntnis nehmen, so würde ich es vielleicht versuchen zu beschreiben. Es ist eben ein Unterschied für mich, ob ich wie bisher beispielsweise beim Theatertreffen vielleicht mal im Laufe der Spielzeit irgendwie zwei der Produktionen gesehen habe, weil ich irgendwie rumgekommen bin und dann vielleicht von Osnabrück aus noch zweimal nach Mühlheim komme und zwei Sachen sehe. Oder ob ich, wie bisher auch häufig geschehen, dann irgendwie Dreisat noch irgendwas davon abfilmt und das dann irgendwann zu einer unmöglichen Zeit irgendwie zeigt. Das war ja bisher auch schon eine Möglichkeit. Oder ob ich jetzt das gesamte Programm mir angucken kann, auch etwas nachhaltiger mir angucken kann, weil ich es abrufe oder ähnliches. Das ist aber natürlich sozusagen eher mein akademisches Interesse und vielleicht auch mein Interesse als nebenberuflicher Theaterkritiker, dass ich einfach eine Vorstellung von der Bandbreite bekomme. Ich würde nie behaupten, dass es das Gleiche ist wie ein Besuch tatsächlich beim Theaterfestival. Das geht natürlich schon damit los, dass neben mir niemand sitzt oder maximal irgendwie vielleicht die Menschen, die mit mir zusammenleben, sitzen. Und das geht natürlich auch weiter, dass diese Kunstform von vornherein anders angelegt ist. Viele der Produktionen, und das ist natürlich der Unterschied wiederum zu früheren Zeiten, als das ZDF das aufgenommen hat, viele der Produktionen kalkulieren jetzt natürlich schon die zweidimensionale Rezeption mit ein. Das ist ein zentraler Punkt. Klar, darüber kann ich nachdenken. Da sind wir dann wieder bei den neuen Formaten. Aber ich glaube, was hier aussteht, ist, und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass jetzt so viele Menschen sich an dieser Diskussion beteiligen, die in irgendeiner Weise einen akademischen Zugang auch zu Kunst haben. Ich glaube, was wir brauchen, ist tatsächlich eine Präzisierung dessen, wo wir sagen, welche Kunstformen, aber auch welche Vermittlungs- und Rezeptionsformen brauchen wir, die Präsenz notwendig machen, die Mischformen notwendig machen. Und was kann beispielsweise auch im Digitalen umgesetzt werden? Um ein Beispiel aus meinem eigenen Berufsleben zu skizzieren. Es gibt immer noch diejenigen, die sagen, ja, also Vorlesungen, die können, die sollten auch alle wieder präsent werden. Das ist, glaube ich, eine Debatte von gestern. Also diese Massenvorlesungen, die die Geisteswissenschaften, aber auch beispielsweise die Betriebswirtschaftslehre oder andere Fächer haben, ich glaube, die sind Geschichte. Darüber braucht man gar nicht mehr viel nachzudenken. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, in meinem Bereich ein intensives Doktoranden-Kolloquium, wo es um ernsthafte Dinge geht oder erst recht so theaterpraktische Sachen, wie das, was Frau Zumow vorhin skizziert hat, da kommen wir einfach an Präsenzformaten gar nicht vorbei. Und es ist tatsächlich vehement notwendig, dass wir das markieren, dass die Politik nicht weiterhin so tut, als wäre das zumutbar, dass dort junge Menschen, die etwas Studieren, etwas Wichtiges studieren, dass das einfach so ohne Probleme mal ins Digitale versetzt werden kann. Das sind, glaube ich, die Dinge, über die wir sprechen müssen. Also viel zielgenauer, präziser über dieses Spektrum reden und es auch definieren und auch einfordern. Wenn wir über dieses Spektrum reden, Frau Zumow, Sie haben ja vorhin schon, ich weiß den genauen Begriff nicht mehr, ich glaube, es war ein Medientempel oder jede Kultureinrichtung muss auf jeden Fall auch eine mediale Institution werden. Können Sie das vielleicht nochmal konkretisieren? Wo sind da die Möglichkeiten von digitaler Technik, von den neuen Medien? Ich habe gesagt, ein Tech-Unternehmen, das ist eine These auch von so jemand wie Klaus Schwab vom World Economic Forum, die sagen, dass eben jedes Unternehmen jetzt ein Tech-Unternehmen werden wird. Ob Supermarkt oder der Restaurant, durch Lieferservices, in Apps, man abonniert Sachen. Also das Abonnement wird übrigens viel wichtiger als das Ticket werden. Also solche sind die Entwicklungen, auf die wir uns einstellen werden müssen. Und dass das Theater zum Beispiel bei uns, die Expertise ist noch nicht da. Wir erarbeiten uns sie in den letzten eineinhalb Jahren mühevoll mit wirklich viel mehr Arbeit als zuvor. Unsere TheatertechnikerInnen, die können Licht für Theater setzen, aber kein Licht für Film. Das heißt, wir müssen die Leute fortbilden in einer Geschwindigkeit, von der wir nie gedacht haben, dass es möglich sein wird, Leute fortzubilden. Was bedeutet das jetzt? Und damit wir uns klar machen, sozusagen dieses Umdenken, wir können das nicht auslagern auf jede einzelne Person. Es braucht ein kulturpolitisches Umdenken, auch für die Hochschulen, übrigens, wie gerade gesagt wurde, wie wir jetzt sozusagen diesen Übergang gestalten. Unser Theater, jede Produktion kostet fast ein Drittel mehr als sonst. Mehr Geld, ist schon uns gesagt worden, wird es nicht geben nach der Pandemie und seit der Pandemie. Da braucht es irgendjemanden, der auch wirklich hilft, dass solche Institutionen sich zu Tech-Unternehmen werden. Und das können nicht wir alle Einzelnen auf unseren Schultern und auch die Künstlerinnen nicht auf ihre Schultern tragen. Und deswegen ist für mich wirklich tatsächlich, also ich denke, es gibt sehr viel Perspektive in der Digitalisierung, weil ich bin natürlich keine Kulturpessimistin. Also als der Film kam, hat Brecht das total umarmt und hat gesagt, ich verändere mein Theater wegen des Filmes. Natürlich müssen wir unser Theater verändern. Das heißt eben nicht nur die Bühne abzufilmen, sondern eben die Technik zu integrieren in die künstlerischen Formate, wie jetzt auch wiederholt gesagt wurde. Und das heißt Games zu machen, Stadtrundgänge, Audio-Walks und so weiter. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber die Präsenz an sich wird nicht ersetzt werden können. Umso digitaler wir werden, umso wichtiger wird der Körper. Corona heißt ja auch, dass der Körper so wichtig wird. Das heißt, es gibt für die Kultur entweder die Möglichkeit, wir werden so wie die analoge Fotografie oder so wie die Kassette verschwinden. Oder wir werden die Schallplatte, das Wertvollere, dass man sich immer noch kauft, obwohl der Spotify-Abonnement weniger kostet als die Schallplatte, kaufen sich Leute heutzutage mehr Schallplatten. Wie werden wir zu diesem Ereignis? Und ich wollte sozusagen einfach, das wäre meine Schlussfolgerung, dass dieses Umdenken muss die Kulturpolitik mitmachen. Und im Moment machen die HochschullehrerInnen, die Studierenden und die Leute an dem Theater das allein. Und das ist für mich eine große Frage. Deswegen arbeiten wir auch zwölf Stunden am Tag im Moment. Wie soll das gehen? Ohne quasi eine infrastrukturelle Unterstützung. Ich finde das ganz interessant. Vielen Dank, Frau Zammow. Mich erinnert es an die ganzen Digitalisierungsmaßnahmen oder die ganzen Gelder, die freigesetzt wurden seit einigen Jahren vom Land Niedersachsen zur Digitalisierung, auch der Hochschulen und so weiter. Es gab keine einzige Möglichkeit für Kulturschaffende, sich innerhalb dieses Digitalisierungsprozesses sozusagen zu beteiligen und digitale Formate für KünstlerInnen sozusagen abzurufen. Das war völlig unmöglich. Von daher finde ich das einen sehr wichtigen Aspekt, den Sie da gerade genannt haben. Und da muss was passieren. Zumal wir jetzt ja im Augenblick, wenn ich das einfach mal so ungefragt sagen darf, so eine Schräglage haben, in der wir doch, diese Digitalisierung kostet sehr viel Geld. Und im Augenblick können sich das nur Staatstheater, also im Grunde nur Theater, die am Tropf hängen. Uns bricht im Augenblick die Button-up-Kultur, bricht uns weg. Also das ist die, die davon lebt, die die Einnahmen braucht, die nicht darauf verzichten kann, auf Einnahmen und gleichzeitig noch was Digitales anfolgen kann, sondern die bricht uns weg. Das heißt, wir haben plötzlich eine ganz andere Form von Kulturangebot, das wirklich ausschließlich aus dem staatlich subventionierten Bereich jetzt in der Lage ist, digital sich dort zu positionieren. Und das macht uns auch eine ganze Menge Probleme in unserem Kulturschaffenden, glaube ich, aufmerksam. Also es gibt keine gute gewerkschaftliche Organisation für solche Selbstständigen. Die Künstlersozialkasse war mal eine tolle Idee. Die ist bei weitem nicht mehr ausreichend, um irgendetwas in dieser Art aufzufangen. Aber da muss ganz viel passieren. Und das finde ich das Positive, dass im Augenblick sich Initiativen gründen, dass sich tatsächlich Verbände gründen, die versuchen sozusagen eine Lobby zu bilden, um dann auch aus dem Bereich der Solo-Selbstständigen und der freien Künstler heraus was zu bewirken. Weil wenn das so weitergeht, dann bricht dort alles weg. Definitiv. Wenn ich da einen Gedanken kurz anknüpfen darf. Ich glaube, an vielen Stellen geht es um Geld und wie bewegen wir das Ding vorwärts? Und wie kriegen wir aber am Ende des Tages ein neues, großes Verständnis davon hin? Und ich glaube, einer der ganz großen Twists, die man jetzt gerade immer wieder merkt, ist, dass wirklich diese sogenannte Doppelfunktion kultureller Güter unbedingt mehr und mehr anerkannt werden muss. Das heißt, wir können auch nicht erwarten, dass das alles jetzt aus den ganzen Kulturtöpfen fließt. Denn am Ende des Tages geht es, wie wir ja feststellen, nicht nur um Kultur. Und die Digitalisierungsmaßnahme in sich ist eigentlich nicht Kultur, sondern ist erstmal Digitalisierung oder Wirtschaftsgut. Und das ist was, was politisch verstanden werden muss. Vielleicht, um diesen solo-selbstständigen Gedanken einmal weiterzuführen. Das ist ja auch die große Problematik, die in diesen Unterstützungsprogrammen besteht. Dass die BKM, also Frau Grütters, nicht dafür zuständig ist, entsprechend Künstlerinnen und Künstler zu retten, sondern ihr Job ist es, Institutionen aufrechtzuerhalten, Spielorte aufrechtzuerhalten, neue Angebote zu schaffen. Das ist völlig richtig. Aber an der Stelle hat man diese lustige Verantwortungsdiffusion, die wir jetzt gerade auch in Wie kriegen wir das Ding jetzt digitaler, gleichermaßen fühlen. Und ich glaube, da bedarf es einer größeren und neuen und aber auch neu gelernt und neu gelebten Zuständigkeit, auch politisch. Lassen Sie uns mal abschließend noch ein kleines Gedankenexperiment wagen. Wenn wir fragen, wie sieht Kultur in fünf Jahren aus? Die Pandemie ist vorbei. Das stellen wir jetzt mal so in den Raum. Die haben wir abgehakt. Kultur in fünf Jahren. Eine kleine Vision von jedem hier in der Runde in zwei, drei Sätzen. Herr Lübke, Sie hatten ja gerade das Wort. Vielleicht möchten Sie gleich fortfahren. Ja, ich glaube, ich bin da. Ich spiele selber mit und ich gucke es mir parallel selber an. Und vielleicht habe ich da vorne auch einen Beitrag geleistet. Also ich glaube, der offensichtlichste Fall, den wir jetzt nach der Pandemie die relativ direkt erleben werden, ist das offensichtlich Hybride. Also eine Veranstaltung findet vor Ort statt. Wir haben Publikum da und auf der anderen Seite haben wir Leute, die zu Hause sind. Und wie Frau Zumbow sehr, sehr richtig sagte, ist dann genau die Frage, wie performen wir eigentlich für beide Gruppen? Und ich glaube, das werden wir auf viel, viel höhere Ebenen noch heben können. Virtual Reality, Augmented Reality, da werden aber die Experten gleich sicherlich noch besser was zu sagen können. Frau Grahm, Sie haben ja schon Erfahrungen jetzt gesammelt mit diesem Projekt innerhalb von Corona. Wie ist Ihr Blick, Ihre Vision von Kultur in fünf Jahren? Also ich hoffe, dass diese Kultur, wie auch Herr Bremer sagte, diese Kultur als soziale Erlebnis, dass es bleibt. Und ich glaube, für viele ist es auch, ist es deutlich geworden, dass das auch, also man braucht eine Kultur, um Kultur zu erleben. Also so diese, dass man das wertschätzt, dass die soziale Kultur, um Kultur, ob im Museum oder ins Theater, im Konzert zu erleben, dass man das wertschätzt. Und das glaube ich, dass das werden Leute mehr machen, denn vorher. Herr Wienhausen, Ihre Vision, Kultur in fünf Jahren? Also wenn ich es mal ganz positiv sehen würde, würde ich sagen, dass auch der digitale Raum ein öffentlicher Raum ist. Und wenn gerade der öffentliche Raum sich immer stärker öffnet für künstlerische Formate, dann gehört das Digitale dazu. Und ich könnte mir vorstellen, dass einfach dieser Begriff des öffentlichen Raumes einfach größer gefasst ist und sich digitale, öffentliche und traditionelle Formate, ähnlich wie der tollen Schallplatte, die man gerne wieder kauft, sich einfach besser vermischen. Ich glaube, es könnte eine größere Sichtbarkeit für die Kultur schaffen und vielleicht auch die Probleme, die unsere Kulturbetriebe haben, in ein anderes Bewusstsein bringen. Weil das ist, glaube ich, passiert. Also die ganzen prekären Situationen sind viel, viel stärker an die Öffentlichkeit gekommen durch Corona. Und ich hoffe, das versinkt nicht einfach wieder, sondern es wird dazu führen, dass wir uns dieser Probleme annehmen. Und das hoffe ich. Wenn wir schon von der Schallplatte sprechen, Frau Sumo, möchten Sie Ihre Vision noch schreiben? Sie ist so wie die Kollegin. Auf jeden Fall, Hybrid ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Ich stelle mir auch vor, dass man sich Performances in Hologrammel nach Hause bestellen kann. Also sozusagen, man hat den Herr Hau Hebel am Ufer-Oculus, der eben dann zu Hause ist. Das ist ein Abonnement, das ist kein Ticket mehr. Und dann kann man dort sein Virtual Reality Performance sehen oder sein Hologramm. Das heißt, es gibt jedes Theater, sage ich mal, wenn ich jetzt eher so fabulieren kann, jedes Theater, jede Institution hat seine, ihre App. Und darin finden auch die Foyers statt, darin findet Sozialität statt, dadurch findet die Kommunikation statt. Das heißt aber auch, dass sich Leute wirklich sehr kloppen um die Tickets der Präsenz. Ja, also die Leute werden das sehen wollen, sie werden das erleben wollen. Und denn ich glaube fest daran, Kultur stirbt nie. Sie ist wie das Atmen. Man wird immer Musik machen wollen. So ist das mit der Menschheit nun mal. Die Menschheit wird immer tanzen wollen. Sie wird immer Musik tanzen machen wollen. Sie wird immer malen wollen. Es ist einfach ein menschliches Bedürfnis. Das ist nicht vorzukriegen. Ja, deswegen bin ich natürlich nicht total negativ, sondern das gehört zu uns wie Schlafen, Essen und Atmen. Schwierig ist, ob wir sozusagen jetzt das, was Herr Wienhausen gesagt hat, ob wir es schaffen, diese Situation jetzt quasi als Chance zu sehen. Also, dass quasi diese alles auf Null gesetzt sein, der Pandemie irgendwie es schaffen, so Leute wie Herr Lübcke, der quasi auch in der Politik ist, da wirklich einen Keil reinzusetzen und zu sagen, das brauchen wir. Bitte denkt weiter, denkt neu. Oder ob wir dann, und das hat zu tun, wie wir uns jetzt verhalten und ob diese ganzen Initiativen, die Herr Wienhausen genannt hat, auch wirklich erfolgreich sind. Oder ob wir dann zurückbleiben mit der Crème de la Crème und einer verarmten quasi sozusagen Grassroots-Kultur. Und ohne die Grassroots-Kultur geht es auch nicht. Also, es geht nicht nur um die großen Namen, die überleben werden. Und das hängt davon ab, was wir machen und ob uns das gelingt, diese Corona-Situation auch als Chance zu nutzen. Noch viele Fragen offen. Herr Bremer, schließen Sie sich doch noch an. Ich kann mich vor allem anschließen, deswegen vielleicht nur ein ergänzender Aspekt. Ich würde das alles voll unterstützen. Ich glaube, wir müssen schon auch über die politischen Dimensionen nachdenken. Denn, so wie Frau Sumo gerade gesagt hat, also Kultur ist, das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie darüber nachdenken muss, dass sich das beerdigt. Sondern es wird diese Bedürfnisse geben. Über die Präsenzbedürfnisse haben wir gesprochen. Ich glaube, das werden wir ratzfatz merken und das wird vom Fußball bis zu den Bayreuther Festspielen gehen. Das werden die Stadterwanderungen und Erkundschaftungen sein, von denen Frau Grahm gesprochen hat. Das wird alles da sein in seiner vollen Breite, weil die Leute einfach auch verdammt Bock darauf haben, einfach mal wieder rauszugehen. Da mache ich mir am allerwenigsten Sorgen. Nein, ich glaube, wir müssen einiges gestalten. Und zwar müssen wir unter anderem auch gestalten, dass die Dinge nicht entpolitisiert werden. Denn Netflix beispielsweise ist doch dabei, jetzt schon die Diversität des Publikums sehr, sehr genau zu analysieren. Diese Ausbildung von europäischen Programmen bei Netflix, die ich sehr, sehr spannend finde, sehr faszinierend finde, zeigen uns doch nur, dass wir gerade auch sozusagen lokalere Formate, dass es ein Bedürfnis bei den Kundinnen und Kunden gibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gerade bei politisch und auch gesellschaftlich relevanten Stoffen, das nicht allein den Algorithmen von Netflix überlassen sollten. Also ich habe da mein Abo, ich gucke da auch vieles gerne. Das ist gar nicht der Punkt, Stichwort Diversität. Aber ein kulturell anspruchsvolles Programm beispielsweise überlassen im Moment zunehmend die Fernsehproduktionen, die dafür Gebühren bekommen, viel zu sehr solchen Global Playern, die sich aber an ihren ganz klaren Algorithmen ausrichten. Und das ist ein Problem, über das wir sprechen müssen, wo wir auch die Kompetenzen haben, uns im Übrigen politisch zu beteiligen. Und auch das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Vielen Dank an alle hier in der Runde für die rege Teilnahme, für die spannenden Eindrücke. Und vielen Dank auch an alle vor den Bildschirmen, vor dem Radio, vor den Endgeräten, wie man so schön sagt, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.